ja hallo heute möchte ich wieder mal ein buch vorstellen und zwar habe ich heute hier beziehungsweise gestern ist es gekommen das buch von sascha mendel 28 secrets und zwar für interessant wenn du deine webseite beziehungsweise dein internet auftritt optimieren möchtest und zwar mehr umsatz mehr erfolg mehr kunden und das buch ist relativ dick gepackt von informationen ja hier ist das inhaltsverzeichnis alles leider ich bin ein bisschen älter so klein geschrieben ja werde ich mir meine brille holen müssen aber an sich die informationen sind schon wahnsinnig viel wert hier gibt es auch checklisten entsprechend was du tun kannst damit du einfach mehr erfolg hast also hol dir das buch das ist kostenlos du musst lediglich die versandkosten übernehmen den link dazu findest du hier unten oder wenn du noch mehr interessante bücher haben willst geh auf meine webseite viel erfolg beim lesen und viel erfolg mit deiner internetseite